Musik 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 Da ist ne Puppe drin mit nem Ticket What the fucking hell Musik 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 Ehh Gibt's leider kein Untertitel oder so Nico Leider Muss ich leider alles auf Englisch spielen Und ich übersetze alles Und ich hab jetzt Dezent leicht Wohin gemacht Dezent paar Tröpfchen Hoffentlich Das ist die Knappinedochter A lot of people idolize their children Hear them talking about their kids and just the way they talk Their fucking voices make me want to vomit My angel likes to read And little Johnny is so good on the piano Fuck those people You give up nine months of your life carrying them You traumatize yourself giving birth to them And then you spend the rest of your life as their slave Wiping asses Mopping a piss Feeding them Little life sucking monsters who take and take and take until We all go insane Any parent who pretends otherwise is just dishonest That's called choice supportive bias I am honest Callum really grinds my gears And he owes me everything Everything It's served a little fuck right If I just abandon him I think the woman who we play She had a light knox in the ring Yeah But dezent light Oh, now the backlight Yeah I want to see how the backlight is called And it's called what I'm afraid Rollercoaster Rollercoaster Let's go Let's go You still have everything You still have everything You still have everything You still have everything Let's go To the rollercoaster Ride the rollercoaster Ride the rollercoaster And he probably looks back in the cabin, right? Yep With something in the hand With something in the hand We need to talk about Callum What do you mean? What have you done to him? I? That's insulting You and your boy are everything that this place doesn't want The antithesis of what we stand for I see the arms left and right From me The poor child He tried so hard to do what he just taught He even left you a trail of breadcrumbs But the park is just so hungry Just leave the fingers from me, you young Tell me where my son is The witch has him now Has both of you No happy ending here, I'm afraid Just... just leave me alone Fool You always were Okay, now it's going backwards The hands are gone Woohoo! Wah Wow Wow What's that? Wah Ehm What's that for sick shit? Wah Ehm Ehm Bitte was... Ehm Ehm Wum Ehm You too Ehm The WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ich will ja nichts sagen Ja? Aber mir wurde soeben grad das Gehirn gefickt Warum? Ich hasse Krankenhäuser. Warum? Weil ich sie einfach hasse. Diese Bakterien! In meinem Krankenhaus bei uns ist mein Onkel gestorben. Oh. An Lungenriss. Was? Er hat sich aufgeregt, die Lunge hat einen Riss bekommen und er ist innerlich verblutet. Oh. Und das hat mich jetzt extrem stark wieder dran erinnert. Ich sag auch mal ne Geschichte, was mir passiert ist. Warte Klasse. Eisfahrt. Bin über meinen Fuß gestapert mit meinem Auge gegen die Wand und mein Auge war dick. Und dann war mein Auge so eingeschwollen, dass ich nichts mehr sehen konnte. Nur durch so einen kleinen Spalt. Und ich hab schon wieder einen Bug in diesem Spiel entdeckt. Das ist eh den ersten. Als ich den Zettel zum ersten Mal da aufgenommen hab, hat das Bild von der Tasse da geflackert. Ja, das sehe ich auch immer. Mein Kopf, ey. Ganz ehrlich Freunde, wenn ich mit dem Spiel fertig bin, bin ich reif für die Klapse. Den Rest kann ich nicht übersetzen. Doch doch. Mal im fucking ernst. Wieso ist auf dem Tisch, wo ich vorher zur Achterbahn jetzt gegangen bin, eine verfickte Axt? Und eine Taschenlampe. Kann ich wenigstens die Axt mitnehmen, um mir den Schädel einzuhauen? Callum, wo bist du? Hast du nicht Angst, dass deine Eltern kommen oder so? Nein. Callum hat eine Brüse auf seinen Arm. Fingermarken. Niemand hat ihn verletzt. Ich habe ihn gefragt. Ich habe wirklich gefragt, wo er die Marken bekommen hat. Aber er möchte mich nicht antworten. Etwas hat ihn in den Silenzen. Er hat ihn nicht überrascht. Er hat sich nicht überrascht. Etwas Sinister lurkst in der Dunkelheit hinter seinen Augen. Ich fühle mich an ihn auf mich auf wunderschön. In der Nacht. Er schreit und schreit und schreit. Worte ich nicht verstehen. Wenn ich ihn versuchte. Er schreit und schreit in meine Finger. Ich glaube, er will mir sprechen. Ich glaube, er will mir sagen. Ich glaube, er will mir sagen. Sie sind auf jeden Tag. Sie sind auf jeden Tag. Sie sind auf jeden Fall zu ihm gesprungen. Sie sind auf jeden Fall zu ihm schreiten. Sie haben ihn verletzt. Sie haben mein Baby von mir entfernt. Ich kann ihn nicht retten. Es wird Angst. Aber ich liebe ihn und am Ende. Sie werden verstehen, warum. Die Frau hat so einen an der Klatsche. Jetzt kannst du mich auch fühlen. Ich habe mal eine Vermutung. Damit ich mich ein bisschen beruhigen kann. Dass ich ein bisschen reden kann. Ich habe die Vermutung, dass die Frau, die wir spielen, den ganzen Park hier rum, wo wir jetzt gerade drin sind, sich nur einbildet. Ja? Ich glaube eher, dass sie gerade in der Zwangsjacke in der Irrenanstalt hockt. Und sich das Ganze jetzt gerade nur einbildet. Ja? Weil sie hat gerade gesagt, mir wurde das Kind weggenommen. Was für eine Unverschämtheit. Auf gut Deutsch jetzt immer versucht zu übersetzen. Das ist mein Sohn. Ich liebe ihn. Ich will ihn in Sicherheit haben. Und dann hat sie gesagt, wenn du dich jetzt nicht beruhigst, schieße ich den Kopf. Und sie hat gesagt, ja komm, schieß mir den Kopf. Autoscooter war ich schon. Jetzt gehen wir mal zur Slideshow-Eli. Also ich übersetze mal schön weiter. Ich habe nur noch zwei Zettel, dann bin ich fertig. Ich hoffe, da kommt noch mehr Zettel. Äh, für Verkaufstände mit Teddybären. Die Tür ist gerade hinter uns so geknallt. Oh oh. Und wieder was zum Red Newspaper. Die ganze Stadt war schockiert. Ich wusste nie, wer es getan hat. Das ist wirklich klar, mein Scheiß. Okay. Sie haben einen Körper von einem toten Kind gefunden. Der Leiche von einem Kind. Der Kopf, der Körper war... ...discovered. War... Was heißt discovered? Covered. Ich versuche das jetzt mit euch mal ein bisschen zu übersetzen. ... ...discovered. Undecoge. 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 Heißt, ...released the following statement. Ist eine wahre Tragödie. Er sagt, dass of course a spellable, when is a discredit phone, von der Ebene Joy. The Stafford Atlantic Eisenpark, of the connects to the family... Okay. Da ist ein Kind umgekommen. Und die bedauern das. Und haben der Familie... ...haben der Familie Beileid ausgesagt. Da ist zum Beispiel auch ein Teddybär, der ge... Ne, der ist nicht geköpft, der ist bloß an der Seite. Okay. Dann schauen wir uns mal den Park an. Yay. WTF? Ähm. Wir sind hier nicht alleine. Wir sind hier nicht alleine. WTF? 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 Da hat irgendwas jetzt gefaucht oder ähnliches. Und da ist Blut auf dem Boden gewesen. Ja, das ist diesmal Blut. Ich bin fertig. Es ist bloß Ketchup. Es ist bloß Ketchup. Es ist bloß Ketchup. Es ist bloß Ketchup. Alles nur Ketchup. Tomatensaft. Es ist Tomatensaft. Oh-oh. WTF? 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 WTF?